Guten Tag, wir befinden uns hier im Osterzgebirge Quoren, weil wir hier das Skin Diary Debutalbum aufnehmen. Bitte einmal schwenk nach rechts. Und jetzt gehen wir ins Studio. Hier haben wir einmal die riesengroße Scheine. Bitte reinkommen. Und hier ist der ganze Studio. Da ist der Platz von Pia Porno. Hier ist der Schlachtplatz von Markus, unserem Produzenten. Und hier ist meine kleine, leuschige Kabine. Und hier befindet sich das Neumann-Mikrofon. Und jetzt geht's in die Regie. Guten Tag. Was machst du hier? Ich surfe im Internet und bin genervt von den Gitarrenspielern aus Italien. Scheinbar ein Ausländer. Ein Ausländer? Ein Ausländer, ja. Fürscherlich. Fürscherlich. Und hier in unserem schönen Erzgebühr. Also ich will sagen wirklich, es geht mir gut. Hallo. Und die ganzen Knöpfe da hinten, was machst du damit, Frieda? Die Knöpfe da dreh ich dran rum. So lange, bis es mir warm ist. Ah ja. Und ist die jetzt so langsam warm, oder? Nee, mir ist nicht warm. Ich kann mir nur jetzt warme Gedanken und einen warmen Tee, den mir jetzt drauf geben. Und dort kommt der Produzent. So jetzt bitte mal das schön krizzat öffnen. So jetzt bitte mal das schön krizzat öffnen. Die befinden sich da oben, aber da reden wir nicht weiter drüber, weil, naja. So nehmen Skin Diary auf. In der puren Idylle. Entspannung und gutes Essen. Und immer ein Glas Wein. Des Weiteren haben wir einen ganz speziellen Gast hier. Unter anderem war sie dabei für Backing Vocals. Bitte stell dich vor, mein Schatz. Hallo, ich bin die Uschi. Eigentlich schnell lernt man mich auch Lydia. Und ich hab bei zwei Liedern auch ein Background-Vockel eingesungen. Und wie hast du dich dabei gefühlt? Ja, ich fand das sehr erotisch mit der Jessica zusammen in der Aufnahmekabine zu sein. Ich hab hier zu stehen und dann das gleiche Mikrofon zu sehen. Da fängt das an. Da fängt das an. Da fängt das an. Falscher Sound. Sind das deine Studio Schuhe? Genau. Wow. Ich bin jetzt in Deutschland, also ich pass mich an. Heiß. Man sagt das. Heiß. 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 Ja? Meine Pflaster, das klingt wie Snap oder sowas. I've got the power! Yeah! I've got the power! I've got the power! Ahhhh! Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Kannst du dich nicht singen, Frieda? Ich schaff's nicht. Ist das nicht ein bisschen schief? Das war, glaube ich, ein bisschen komisch, oder? So? Also, lovely. Nee, ich will dir nur einmal brüllen. Ich will ja nicht tausendmal brüllen. Uh, 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 uh Okay, ja, ich kann noch mal machen, ja, kommt er jetzt? Ja, der war zu lang, ja, okay, na dann, ja, gut, ja, gut, ja, gut, ja, gut, brauche ich den Rest nicht mehr aufnehmen.